Lieben Kinder, Thema Haus 4, Küche 2, Üben 1. Was ist das? Das ist die Milch. Was ist das? Das ist die Salami. Was ist das? Was sind das? Das ist der Teller. Das sind die Teller. Was ist das? Was sind das? Das ist der Löffel. Das sind die Löffel. Was ist das? Das ist der Kaffee. Was ist das? Was sind das? Das ist das Messer. Das sind die Messer. Was ist das? Das ist das Brot. Was ist das? Das ist die Butter. Was ist das? Das ist die Marmelade. Was ist das? Das ist das Brötchen. Das ist das Brötchen. Was ist das? Was sind das? Was ist das? Das ist das Brötchen. Das ist die Gabel. Das sind die Gabeln. Was ist das? Das ist der Honig. Was ist das? Das ist das Brötchen. Was ist das? Was ist das? Das ist der Tee. Was ist das? Das ist der Teebeutel. Was ist das? Das ist der Kakao. Was ist das? Das ist der Käse. Was ist das? Was sind das? Das ist die Serviette. Das sind die Servietten. Was ist das? Was sind das? Das ist das Glas. Das sind die Gläser. Was ist das? Was sind das? Das ist die Tasse. Das sind die Tassen. Das ist die Untertasse. Das sind die Untertassen. Dankeschön. Das war's für heute. Tschüss. Auf Wiedersehen.